Sei willkommen hier in diesem Haus. Sei willkommen hier in diesem Haus. Singen laut und singen leise und wir drehen uns im Kreise. Sei willkommen hier in diesem Haus. Wir möchten dich in unser Musikhaus einladen. Zum Singen, Tanzen und Musizieren mit vielen verschiedenen Instrumenten. Mit Trommeln, Glöckchen, Klanghölzer, Rasseln, Klangstäben und noch vielen mehr. Ich bin die Christine und das ist der Paul, der auch bei den Musikzwergen mitmacht. Vielleicht möchtest du ja auch ein Musikzwerg werden. Wir würden uns freuen. Bis bald.